geschätzte clasher willkommen zu einer folge clash of clans mit mir dem thorsten ja ich muss mich selber kicken oder ich muss mich selber kicken weil ich an einem tag alle meine angriffe nicht gemacht habe ich wirklich alle meine angriffe nicht gemacht nicht nicht nur ein sondern ich habe alle nicht gemacht wenn es nämlich irgendwann oder irgendwie fürchterlich brennt und ich mal und ich da mal so gar nichts mehr von mir gebe also auch wirklich nicht im discord schreibe leute kommt kein livestream leute tut mir leid ich kann nicht mehr angreifen oder was auch immer dann brennt es wirklich das könnt ihr mir glauben und es hat hier gebrannt gut einen tag lang also von ich sag mal abends bis mittags und dann geht halt gar nichts dann 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 vergesse ich auch ich sag mal mein leben um mich rum um um dann aktiv zu sein und ich nenne es mal so das beste rauszumachen aber wir haben den klaren krieg hier zumindest trotzdem gewonnen und auch im klaren free to play ich meine ihr müsst euch vorstellen im klaren free to play habe ich sechs angriffe nicht gemacht und das war schon dass das war schon heftig muss ich sagen aber auch da haben wir den klag gewonnen und dennoch ist das natürlich nicht wirklich eine entschuldigung aber wenn es echt eskaliert aber es ist es ist wie sie ist und ich kann es auch nicht rückgängig machen also ich kann ich kann mich jetzt nur selber kicken ich kann mich nur selber kicken aus aus meinen eigenen clans und hier geht gerade die welt unter leute ich glaube das ist bei euch so hier und da auch so aber hier geht gerade heftig ist die welt unter mein liebermann was kommt darunter und aber zum wochenende hin soll es ja ein bisschen besser werden und wir werden uns ja auch ganz easy peasy so ein bisschen sehen also in den live streams haben gestern abend schon live gestreamt sehr sehr schön und auch sehr 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 schicker schicker live stream du ja rox gegen den zwölfer ok du ja rox ist ein frischer 13 oder relativ frischer 13 hat aber die helden schon ganz nett gelevelt vor allen dingen den roll champion schon auf status status erste erste ability und ich glaube das ist auch mal so ein kleines so das erste was man macht wenn man rathaus level 13 ist und hat den roll champion dass man den erstmal auf fünf bringt dass er seine ability hat schuldig muss trinken und dann geht das ja eigentlich schon ganz geschmeidig durch vor allen dingen mit einem kleinen dip aber die dips sind halt notwendig ich weiß nicht vielleicht vielleicht hört er das sogar im hintergrund da weiß ich jetzt gar nicht wie wie stark oder wie schwach mein mikro jetzt gerade jetzt gerade eingestellt ist aber ich muss da mal das fenster zu machen ich das ist nicht dass es da doch rein regnet ihr wisst genau wenn man wenn man fenster irgendwo auch auch im autos also wenn man fenster einfach nur den ganz kleinsten spalt auflässt genau da regnet rein und die hoffnung hatte ich jetzt hier auch dass es nicht so ist nichts passiert leute wir können weiter so ein bisschen reingehen hier in die schönen angriffe also vom letzten ck sparkling 14 auf 13 ok irgendwann gibt man natürlich ein bisschen unter ich mache das ja auch am liebsten weil mehr kann ich im moment auch nicht aber gewonnen ist gewonnen und wir haben ich glaube denen sogar eine zwölfer serie genommen ich glaube der gegner hatte eine zwölfer serie vom clan less winners also die gewinner haben dann leider nicht gewonnen dafür haben wir wieder so eine kleine streak aufgebaut müsste ich ja mal schauen wie viel das schon wieder ist vier oder fünf glaube ich und ist natürlich auch cool cool vor der liga liga fängt morgen an und freue ich mich auch schon drauf ich werde nachher noch ein bisschen in den in die anderen clans reingehen deutschland add und totus bande die id ist und die links sind immer jeweils unten in der beschreibung im video also falls ihr da interesse habt zu join weil ihr ein bisschen liga mitspielen wollt mit eurem elfer zwölfer oder dreizehner oder gar vierzehner dann joint ruhig die clans totus bande und deutschland die beiden werde ich vermutlich auch einfach so aufmachen damit nicht immer jemand da sein muss der euch annehmen muss oder so sondern dann kann man rein und raus wie man gerne will und wenn die cwl sowieso läuft dann kann man den auch auf lassen weil ihr wisst das selber wenn die cwl gestartet ist und die gegner suche ist durch dann sehen sowieso nur die die auch mit ihm in der cwl gemeldet sind die begegnungen alle anderen die nicht die nicht wenigstens älteste sind sehen dann natürlich nichts und deswegen kann man den klaren eigentlich auch auf lassen gerade wenn das wochenende wieder mit den clans stadtangriffen ist dann gehen die leute doch vermehrt in ihre stammclans zurück machen eben die clans stadtangriff und können dann einfach so wieder rein join ich glaube das macht auf jeden fall sinn könnt ihr mir in die kommentare schreiben ob das eine gute idee ist oder eher eine schlechte idee ist dass man doch das ganze immer noch mit mit so einer annahmeverfahren macht oder ablehnverfahren beim der ein oder andere will sicherlich gucken aber wird dann halt nicht ältester nur damit er die cwl nur damit er die cwl sehen kann von daher naja wir haben auch laufen laufen in ck habe ich jetzt gerade gesehen ich habe sogar schon angegriff gemacht also natürlich verpassen wir nichts wir haben glaube ich gestern abend aber schon ein paar angriffen meine ich gesehen in den live stream und ich habe ja gestern abend auch beziehungsweise ich habe am tag davor glaube ich einfach mal wieder so ein stream aus von von twitch hochgeladen der hatte sogar ein paar aufrufe aber ihr könnt das ganze auch immer noch ein paar wochen auf twitch nachschauen also wenn ihr interesse an den live streams habt oder überhaupt noch sehen wollt wie das live bei mir abgeht dann könnt ihr natürlich auf twitch tv oder twitch.tv schräger tuto clasht gerne in den kanal rein sollen könnten wir auch gerne follow da lassen kostet nichts und könnt euch da die inhalte anschauen wie so ein stream bei mir eigentlich immer ganz nett abläuft wie schön chillig die atmosphäre ist wie super meine community zuschauer sind et cetera et cetera et cetera aber gucken wir erstmal den angegriff von nachtschatten hier der clan hungari ist auf jeden fall auch gut dabei die haben auch schon den 1 oder 3er reingefahren habe ich gesehen und hier eskaliert aber hier eskaliert der regen jetzt mal so richtig heidewitz kann das sind bestimmte 100 liter pro quadratmeter die da gerade runter kam werde ich sogar 200 liter schöne luftarmee hier im moment bin ich damit auch hart unterwegs im rathaus 12 13 14 bereich und auch im rathaus 15 bereich stock das war schon wieder habe ich gerade gesehen aber das ist halt die das ist die erste app weil hier auf dem tablet stock das nicht und ich hatte ich hatte da schon mal ich hatte da eigentlich schon mal so ein filter drauf gelegt beziehungsweise ab schon mal in den eigenschaften eigentlich was was eingetragen und das passt aber noch ganz gut das passt aber noch ganz gut also nehmen wir das einfach mal so hin ja auf jeden fall wollte ich ein lebenszeichen vor mir senden und ich klicke mich natürlich nicht selber dafür haben wir den nachtschatten der mich jetzt aber auch schon verwarnt hat also natürlich kommen kommt komme ich auch nicht ganz ungeschoren davon sondern ich bin auch ein ganz normaler member und wenn man und wenn man meint man muss mich kicken weil ich keine angriffe mehr mache dann wird schwierig weil ich natürlich hier lila bin da kannst du nicht einfach so kicken sondern da müsste ich sagen okay leute ich nehme ich nehme meine member und gehe woanders hin ich liebe die herausforderer und suche mir einen neuen stammclan aber nie so weit wird es nicht kommen soweit wird es nicht kommen denn ich liebe die herausforderer ich liebe meine clans und ich mag natürlich auch meine community und ich glaube die würden das auch nicht gut finden wenn ich jetzt plötzlich wieder in irgendeinen anderen clan wo möglich gehe wo ich die leute überhaupt nicht kenne hier kenne ich die leute ja schon sehr sehr gut oder sehr lange weil wir schon ziemlich lange zusammen spielen und auch wenn neue leute hier teilweise reinkommen aus den streams oder so ist das eigentlich immer eine ganz nur ganz chillige atmosphäre so ein bisschen hat ein bisschen was familiäres auch hier so ist halt auch so ein bisschen familie allerdings darf man sollte man sein real life niemals vergessen also auch da bin ich ja im moment in einer ich will mal so sagen phase wo ich auch bei mir in nächster zeit etwas ändern wird und aber das ist dass das ganze ist noch nicht spruch heißt deswegen kann ich euch davon noch nicht so wirklich erzählen das ganze wird sich sicherlich entwickeln wie und in welche richtung weiß ich auch noch nicht aber irgendwas wird auf jeden fall geschehen und da lasst euch mal aber überraschen oder angenehm überraschen es wird sich aber nicht am kanal oder so ändern also das heißt schon mal dass das war schon mal gesagt es wird sich am format nichts ändern am kanal wird sich nichts ändern und ich bleibe natürlich clash of clans absolut treu denn es ist halt immer noch eins meiner liebst gespielten spiele vor allen dingen nach wie vor der mobile charme ist halt dabei du kannst es halt überall machen das geht halt mit anderen sachen nicht so ein pc spiel kannst du einfach mal mitnehmen beziehungsweise dem pc kann sich einfach irgendwo hinschleppen und kann sagen so jetzt spiele ich mal also machen könnte man schon aber ist natürlich ein bisschen ein bisschen mit ein bisschen mit zu viel aufwand glaube ich verbunden aber schöner angriff hier wie gesagt wir haben die angriffe glaube ich gestern abend schon gesehen live im stream da sind sie natürlich noch mal ein bisschen knackiger zu kommentieren oder oder kommentiert worden und dann gibt es natürlich auch jemand europa also den drei sterne halb den woher nicht auslassen dann macht das einmal der tata und dann haben wir hier schöne sterne gesehen ich habe auch schon ich habe auch schon angegriffen nachtschatten ja das ist brutal das ist brutal der hut nur dreier und das schlimme ist wieder mit der barbaren armee wieder mit der barbaren armee obwohl ich da gar nicht so ein fan von bin aber scheinbar im moment ist das wohl so ein bisschen irgendwie meter habe ich das gefühl ich hoffe auch nicht dass sie genervt werden weil es ist ja letztendlich ist ja auch nur eine strategie die jemand oder die man verfolgt und das hat neben das hat jetzt nichts mit op zu tun oder oder das ist total hip oder sowas sondern es ist einfach eine strategie die natürlich gewagt gespielt wird denn unendlich leben haben die barbaren auch nicht aber ihr seht das wie viel allein schon die blimpie jetzt rausgenommen hat richtung richtung monolith und dann müssen wir jetzt mal ein bisschen bisschen beobachten er hat auch einen kleinen einen kleinen mützenträger dabei also den kleinen mini worden im gepäck und den habe ich jetzt auch bei ich glaube bei avatar nimmt nämlich den immer mit wenn ich king und queen setzte da ziehe ich den einfach mit rein dass sie ein bisschen mehr treffer punkte haben weil ich den worten halt an einer anderen stelle brauche und da kommen noch mal so ein paar fass roller also mauerbrecher meine damit die machen noch mal richtig auf da gibt zauber ist draußen also der gift turm hat erstmal einmal geworfen muss jetzt glaube ich gleich in der king der king war schon eine jetzt jetzt kommt erst die zündung ok und ok der king ist noch mal auferstanden gerade ok der king ist noch mal auferstanden und schafft er das rathaus mal er hat ja eine kleine unverwundbarkeit nachdem er noch mal auferstanden wurde aber die queen ist auch noch am start macht holt sich das rathaus und jetzt holen sich die barbaren halt den rest richtig starker angriff aber die barbarenpower ist halt ist halt ganz 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 klar da da und wenn man bedenkt dass die barbaren ja auch die erste truppe ist die man überhaupt im spiel bekommt und jetzt ist sie hier im endgame angekommen ist das schon wirklich ein bisschen krank muss ich sagen und ich glaube wenn du jemand 2000 2012 erzählt hättest pass mal auf wie die barbaren die die sind ultra stark dann hätte dann hätte man dich ausgelacht ganz klar man hätte die ausgelacht weil das stimmt ja null das stimmt ja das stimmt ja nix von doch das stimmt wir haben was live auf csa nehmen wir mal mit mal gucken wie der gegner so angreift ob er oben gibt oder nicht aber das ist ein 75 75 50 ok das ist auf jeden fall max 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 ist das 13 ohne 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 vierten hält müsste ich jetzt gleich mal nachschauen aber zwölf geht glaube gehen die helden glaube ich bis 65 und der worden geht bis 40 das heißt er hatte jetzt schon 50 geworden also wird das ein 13er sein der einfach den rollchampion vergessen hat oder erst halt im bau und mit rollchampion wären dass sie sicherlich mehr sterne geworden nämlich drei aber ohne wird es halt jetzt vor allen dingen für den für den worten hier sehr schwer der macht er jetzt nicht so massiv schaden obwohl er jetzt auch nichts mehr rankommen also aber er braucht halt unheimlich lange vor allen dingen steht hier unten noch eine bauhütte hier steht noch lager also das wird jetzt leider nichts auch von der zeit her eine minute 6 jetzt gucken wir mal nach was für 13 eigentlich ist aber ich glaube ich denke mal das ist ein lass gucken ein rathaus ein rathaus 13 levels hat gerade den rollchampion ok ich hoffe das lebenszeichen hat euch ganz gut gefallen und auch dass ich mich nicht gekickt habe aber ich hätte mich eigentlich selber kicken müssen geht nur nicht weil ich halt auch hier leader bin da hat dann mal halt pechner aber es tut mir natürlich trotzdem leid dass ich die angriffe alle nicht gemacht habe letztendlich das rl steht immer vor dem spiel leute das sollte auch bei euch so sein also ich würde sagen wir sehen uns in den leisten wir sehen uns in weiteren videos danke für eure aufmerksamkeit euer toto clasht ja